Allegrer und herzlich willkommen zur Anlageberatung der Graubündner Kantonalbank. Sie suchen langfristigen Erfolg bei der Anlage Ihres Vermögens? Unsere kompetente Beratung und unsere langjährige Erfahrung werden bis weit über die Kantonsgrenzen hinaus geschätzt. Und mit unserer neuen Software unterstützen wir Sie in der Erreichung Ihrer Anlageziele. Sie zeigt Ihnen die unterschiedlichen Anlagestrategien einfach und übersichtlich auf. Ihre individuelle Anlagestrategie ergibt sich aus Ihrer persönlichen Risikoneigung sowie Ihrer Performance-Erwartung. Anhand der historischen Performance sehen Sie, wie sich Ihr Portfolio in der Vergangenheit entwickelt hätte. Der Stresstest prüft den maximalen Verlust, den die Strategie in den letzten grossen Finanzkrisen erfahren hätte. Und die Rückkehrzeit demonstriert, wie lange Ihr Portfolio nach einer schwierigen Marktphase gebraucht hätte, um wieder zu seiner ursprünglichen Stärke zurückzufinden. Gemeinsam mit Ihnen simulieren wir die Erfolgsaussichten verschiedener Anlagestrategien, damit Sie Ihr Portfolio bewusst festlegen und weitsichtig ausrichten können. Auf Basis Ihrer persönlichen Anlageziele wird Ihr optimales Portfolio errechnet. Ausserdem zeigen wir Ihnen für jeden Titel im Portfolio auf, von welchen Risikofaktoren er beeinflusst wird. Neben dem Risikobeitrag zeigen wir Ihnen auch die klassische Vermögensaufteilung nach Anlageklassen, Regionen, Währungen und Branchen auf. Lassen Sie uns unser ganzes Wissen für Ihr Vermögen einsetzen. Wir informieren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch, wie Sie von unseren Leistungen profitieren können. Kommen Sie vorbei! Wir freuen uns auf Sie! Kommen Sie planetary queens und Kollen Sie Warum Mommy Ihr müsst bitte in einem gewissen Name um axiswenson Bill Ms. Ein